Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Patrick Lärm, heute geht es mal in der Reihe Basisausbildung gehobener Dienst um die Grundlagen der Subsumptionstechnik und Sinn und Zweck dieses Videos ist es, wenn Sie jetzt relativ zu Beginn der Basisausbildung stehen, die Methodik zu erklären. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie auch unbekannte Normen vertretbar lösen können und mir geht es weniger heute hier um den Inhalt, also um die Paragraphen, die Sie dann gleich sehen werden, sondern mir geht es um die Subsumptionstechnik, um den Viererschritt der Subsumption, um den Gutachtensstil und wenn ich das dann beherrsche, da brauche ich natürlich ein bisschen Zeit, aber wenn ich das mal beherrsche, dann werde ich im weiteren Verlauf des Studiums überhaupt keine Probleme mehr haben, zumindest mit der grundlegenden Methodik nicht. Die Basisausbildung dauert nur ein paar Monate und ich setze da bewusst den Schwerpunkt auf die Basisausbildung. Wenn Sie jetzt im gehobenen Dienst schon weiter fortgeschritten sind, Sie sind in weiteren Studienabschnitten, dann sollten Sie dieses Video natürlich nicht mehr gucken müssen. Sie können es zwar schauen, um sich nochmal zu orientieren, aber es sollte insoweit alles bekannt sein. Das Erste, was ich mit Ihnen machen möchte, heute hier in diesem Video, Aufgabe 1, da habe ich dann angefangen, mal geschrieben, naja, die meisten Rechtsnormen lassen sich in Tatbestand und Rechtsfolge einteilen. Es gibt natürlich auch Legaldefinitionen im Gesetz, das haben Sie bestimmt schon mitbekommen. Ich habe mir jetzt mal den 242 Absatz 1 Strafgesetzbuch rausgeholt, rausgenommen, habe den auch noch mal hier zitiert, können Sie aber auch gerne nochmal parallel nachschlagen, können das Video stoppen und können sich das nochmal anschauen, können jetzt auch mal eigenständig probieren, diese Norm, diesen Absatz 1, den Diebstahlsgrundtatbestand mal zu zerlegen in Tatbestand und Rechtsfolge und während Sie das machen, mache ich jetzt mal hier weiter, dann können Sie es auch überprüfen. Tatbestand, wenn Rechtsfolge dann natürlich hier bei der Strafnorm relativ gut sichtbar, was das ist. Hier sieht man im Tatbestand, wir haben ein Tatobjekt, die Sache und man zerlegt es dann nochmal. Man sagt nicht fremde, bewegliche Sache komplett in einem Tatbestandsmerkmal, sondern man geht wie folgt vor, es muss sich um eine Sache handeln, diese muss fremd sein, diese muss beweglich sein. Dann habe ich das Tatobjekt abgeschlossen, ich habe aber auch schon drei Tatbestandsmerkmale, dann kommt die Tathandlung, die Wegnahme und dann kommt eine besondere Absicht, nämlich die Absicht, sich oder einem Dritten die Sache eben rechtswidrig zuzueignen. Wenn Sie jetzt schon weiter fortgeschritten sind im Studium oder in der Basisausbildung, dann werden Sie natürlich sehen, dass sich insbesondere das vierte und das fünfte Tatbestandsmerkmal dann nochmal aufsplitten in verschiedene Unterpunkte. Bei der Wegnahme muss zum Beispiel die Frage gestellt werden, was ist eigentlich gewahrsam, was ist überhaupt die Wegnahme und auch bei der Absicht wird man mehrere Elemente feststellen, sodass dann insgesamt diese Tatbestandsstruktur noch ein bisschen ausführlicher dargestellt wird. Aber wir machen ja erstmal Grundlagenarbeit und schauen uns an, was können wir aus dem Wortlaut des Gesetzes für Tatbestandsmerkmale ableiten. Die Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren wäre dann die Rechtsfolge oder eben diese Geldstrafe, das ist ja wie gesagt primär an den Richter, an die Richterin gerichtet, für uns hier im Strafrecht nicht ganz so wichtig. Ja, das war Aufgabe 1, mal so ein bisschen zum Warmwerden und jetzt schauen wir uns nochmal die nächste Aufgabe an, die letzte Aufgabe insoweit in diesem Video und hier finden Sie einen Sachverhalt und zwar Familienleben am Samstagnachmittag. Die Eltern sitzen zusammen mit dem Sohn S. auf der Terrasse ihres frisch abgezahlten Reihenhauses Eigenheims und meinen eben, dass der Rasen gemäht werden müsste. Und der S. ist Student, studiert Rechtswissenschaft und möchte natürlich lernen, hat ein Interesse daran, ein gutes Examen zu bekommen. Es hat kein eigenes Einkommen, wohnt zu Hause und wird von seinen Eltern finanziell unterstützt. Und jetzt ist die Frage, muss es das Rasenmähen übernehmen, wenn ihn seine Eltern dazu auffordern? Das ist die Fallfrage insoweit. Und dann habe ich Ihnen jetzt mal die relevante Norm mitgegeben, denn das ist eine Norm, ich habe es Ihnen ja versprochen, eine unbekannte Norm, mit der Sie jetzt umgehen müssen. 1619 Bürgerliches Gesetzbuch BGB. Und wenn Sie in der Basisausbildung auch schon Unterrichte hatten, dann werden Sie sehen, ja, wir haben den großen Part des öffentlichen Rechtes, aber auf der anderen Seite eben auch das private Recht, das Zivilrecht. Und da ist natürlich das BGB maßgebend. Nicht nur, aber vor allen Dingen sind da die wesentlichen privatrechtlichen Dinge verankert. Und da steht drin, das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen oder unterhalten wird. Da sieht man schon mal, oder eine der beiden Varianten oder Alternativen insoweit muss hier vorliegen. Da muss man immer genau aufpassen, was ist eine Unverknüpfung, was ist eine Oder-Verknüpfung. Und dann wäre er verpflichtet, in einer seiner Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäft Dienste zu leisten. Führen Sie die Subsumption des Sachverhaltes unter diese Rechtsnorm durch und das machen wir mal. Und ich habe Ihnen versprochen, mir geht es jetzt hier um die Methodik. Mir geht es darum, mal mit einer unbekannten Norm umzugehen. Und Sie können jetzt gerne mal das Video stoppen und zerlegen diese Norm, den 1619 BGB, in den Tatbestand und in die Rechtsfolge. Ich mache jetzt hier schon weiter. Sie sehen oben nochmal die Norm und hier erstmal nochmal eine kurze Vorbemerkung. Wie gesagt, mir geht es um die Methodik. Und die gehe ich jetzt in der Klausur auch mit einer unbekannten Norm um. Und im BGB jetzt hier mal eine Norm rausgesucht, die vielleicht weniger bekannt ist. Ja, wie würde man einsteigen? Natürlich ist die Fallfrage, muss er seine Eltern unterstützen? Muss er am Ende des Tages Rasen mähen? Und da beginnt man häufig mit einem einleitenden Obersatz im Gutachtenstil. Ich darf ja jetzt nicht das Ergebnis vorwegziehen, das darf ja nur der Richter. Ich muss mich vorsichtig herantasten im Konjunktiv. Und da setze ich am Sachverhalt nochmal an. Die Eltern könnten den Sohn S zum Rasen mähen auf dem elterlichen Grundstück verpflichten, wenn eben diese Voraussetzungen des Paragrafen 1619 BGB erfüllt sind. Das ist ein einleitender Obersatz, den man auch im Einsatzrecht, im klassischen Einsatzrecht dann auch wiederfindet. Findet man zum Beispiel auch im Strafrecht, in dem man sagt, in dem die Person X mit der Faust auf die andere Person eingeschlagen hat, könnte er eine Körperverletzung nach Paragraf XY StGB begangen haben. Ja, also da schaut man sich das auch so an. Auch bei polizeilichen Maßnahmen würde man da so einleiten, indem man dem Prüfer sagt, was untersuche ich jetzt, was ist die Rechtsgrundlage und die zerlege ich natürlich dann gedanklich in meiner Lösungsstruktur, in den Tatbestand und in die Rechtsfolge. Und auch das können Sie gerne jetzt mal machen. Machen Sie es mal beziehungsweise Sie haben es schon gemacht, dann können Sie es jetzt vergleichen. Und ich orientiere mich jetzt erstmal, weil es ja eine unbekannte Norm für mich ist, an dem Wortlaut das 1619 BGB. Da hast du natürlich einmal das Kind. Dieses Kind muss Angehöriger sein des elterlichen Hausstandes. Und jetzt kommt das nächste wichtige Tatbestandsmerkmal und von den Eltern erzogen werden. Das habe ich mit Erziehung ausgedrückt oder unterhalten. Da ist es dann für mich wichtig, hier die Differenzierung mit dem oder herzustellen. Eine Variante quasi, entweder Erziehung oder Unterhaltung muss hier vorliegen. Rechtsfolge, dann Elemente der Rechtsfolge sind jetzt, es muss sich um eine Dienstleistung handeln im Hauswesen und Geschäft der Eltern. Und diese Dienstleistung muss in einer seiner Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise erfolgen. Man kann sich manchmal bei Normen auch ein bisschen streiten, ob jetzt wirklich das alles Elemente der Rechtsfolge sind. Aber wenn man jetzt auch die Norm liest, die ist aus meiner Sicht auch gut aufgebaut. Du hast also bis zum Wort verpflichtet den Tatbestand, den eigentlichen Tatbestand und ganz rechts die Rechtsfolge. Jetzt hier grün hervorgehoben, das ist das, was man im letzten Teil des Satzes sieht. Und deswegen ist das ein Element der Rechtsfolge. Wie, wie muss es dann erfolgen? Diese sogenannte Dienstleistung, unter welchen Rechtsfolge Elementen muss das erfolgen? Zur Frage, nennt man das jetzt TBM, nennt man es Voraussetzung? Einige streiten sich dann immer so ein bisschen, ja, das heißt ja gar nicht Tatbestandsmerkmal, das heißt Voraussetzung, insbesondere bei polizeilichen Maßnahmen. Ich streite mich nicht um diesen Punkt. Ich sage, ich zerlege eine Rechtsfolge, äh, eine Rechtsnorm grundsätzlich in Tatbestand und Rechtsfolge. Also sind die Voraussetzungen des Tatbestandes sogenannte Tatbestandsmerkmale, die ich hier abkürze, mit TBM. Wie gesagt, für mich völlig irrelevant. Sie können es auch erste Voraussetzungen, zweite Voraussetzungen, dritte Voraussetzungen, bloß ich finde auch die Abkürzung relativ griffig, äh, weil sie einfach, ähm, auch auf meiner Folie, das sehen Sie, für eine gute Übersicht sorgt. Ja, schauen wir uns das mal an, wie das hier aussehen kann. Ich habe den einleitenden Obersatz im Gutachtensstil jetzt so gelassen, habe aber noch einen Satz hinzugefügt, nämlich quasi quasi einleitend zum ersten Tatbestandsmerkmal. Es müsste dafür zunächst als Kind im Sinne des BGB gelten. Und auch da geht es mir jetzt nicht darum, dass Sie die Kindesdefinition auswendig lernen, sondern dass Sie es mal exemplarisch sehen, dass, wenn man sich speziell mal um den 1619 kümmern würde, das macht man natürlich aus Sicht des Einsatzrechts gar nicht, das interessiert einen gar nicht so richtig, der 1619. Aber stellen Sie sich mal vor, das ist dann der Diebstahl, ja, den Sie vorhin gesehen haben. Dann spricht man im Detail über den Diebstahl, man kennt den Aufbau, das ist die Grundlage und dann weiß man natürlich auch irgendwann, was sind die relevanten Definitionen, man lernt sie auswendig und man geht dann schon in die Struktur rein und weiß auch gleich, wie man das dann aufbaut. Aber dasselbe Prinzip kann ich natürlich auch bei 1619 machen. Und jetzt kommt der Viererschritt zur Anwendung, den ich jetzt hier mal exemplarisch vorführe. Der S müsste also als Kind im Sinne des BGB gelten. Jetzt kommt die Definition, die Sie nicht zwingend auswendig lernen müssen, sondern nur mal exemplarisch. Eine Eltern-Kind-Beziehung im Sinne des BGB zwischen verpflichtetem Anspruchsinhaber bestimmt, welche durch Abstammung oder Adoption vermittelt wird. Und da finden Sie auch noch relevante Paragrafen des BGB. Also entweder stammt er von seinen Eltern ab oder es liegt hier eine Adoption vor. Das wäre die Definition. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, was sagt der Sachverhalt dazu? Wird ausdrücklich Abstammung erwähnt? Wird vielleicht Adoption erwähnt? Was gibt der Sachverhalt hierher? Wenn der Sachverhalt, wie bei uns, es nicht direkt erwähnt, also Abstammung, Adoption, dann muss ich es aus dem Lebenssachverhalt dann auch ableiten können. Lebensnahe Auslegung. Und der Sachverhalt enthält ja nur die Information, dass der S der Sohn der Eltern ist. Und jetzt fange ich an mit meiner lebensnahen Auslegung. Ich kann also davon ausgehen, dass es der leibliche Sohn ist und unmittelbar von beiden Eltern abstammt. Da habe ich Ihnen nochmal den 1591 und den 1592 BGB hineingeschrieben. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass hier die Abstammung vorliegt und somit ist es auch Kind im Sinne des BGB. Dann macht man das für die weiteren Tatbestandsmerkmale auch noch, das heißt die Abkürzung Otze, Obersatz, Definition, Subsumption, Ergebnis, dann beim dritten Tatbestandsmerkmal ebenso. Das ist also die Grundlage der Viererschritt der Subsumption und das werde ich grundsätzlich immer machen, wenn ich Rechtsnormen analysiere. Natürlich ist es so, dass das viel zu schreiben ist und natürlich wird es vielleicht mal Klausuren geben oder eine Klausurvorbereitung geben, wo man vielleicht auch dann festlegt, okay, dieses Tatbestandsmerkmal ist für mich unproblematisch, dann kann ich es auch im Urteilsstil feststellen. Ich wäre aber vorsichtig mit dem Urteilsstil bei einzelnen Tatbestandsmerkmalen. Das muss man sich immer punktuell anschauen und da würde ich immer schauen, was sagt denn jetzt eigentlich mein Prüfer, mein Prüfer meiner Klausur bei dieser Norm und das kann jemand anders, der unterrichtet, schon wieder ganz anders sehen. Da gibt es auch teilweise unterschiedliche Meinungen. Deswegen rate ich immer dazu, grundsätzlich den Viererschritt zu machen. Es sei denn, wie gesagt, ich werde vom Prüfer, von der Prüferin ausdrücklich vorher informiert. Bitte bei dem Tatbestandsmerkmal müssen Sie es nicht. Okay, aber ansonsten sehen Sie, wie man hier vorgeht. Und jetzt zeige ich Ihnen mal noch eine Abschlussfolie dazu. Jetzt geht es natürlich darum, auch, wir haben es jetzt mal exemplarisch gemacht beim Kind, jetzt auch mal zu sehen, wo sind denn jetzt eigentlich die Probleme in der Würdigung. Wo gibt es Probleme im Sachverhalt? Wo habe ich ein Problem, das Tatbestandsmerkmal im Sachverhalt wirklich zu bejahen? Überlegen Sie mal, schauen Sie bitte nochmal an den Sachverhalt rein und überlegen nochmal, was könnte hier problematisch sein? Machen Sie da ein Fragezeichen dran, was problematisch ist. Machen Sie vielleicht ein großes P, ein rotes P mit einem Ausrufezeichen dran. Was ist hier problematisch? Wenn ich das in der Lösungsskizze schon entdecke, dieses problematische Element, dann kann ich natürlich auch so ein bisschen meine Kräfte einteilen. Und hier sieht man, wir haben das Kind schon analysiert links, da habe ich jetzt ein Plus hingemacht. Das ist auch hier unproblematisch. Jetzt ist die Frage, liegt ein Problem in der Angehörigeneigenschaft des elterlichen Hausstandes? Auch da mache ich ein grünes Plus. Das ist hier nicht wirklich problematisch. Natürlich gibt es da jetzt auch eine Definition dazu. Natürlich gibt es da den Viererschritt dazu. Aber rein jetzt vom Sachverhalt her, von der Norm her, gibt es da Probleme in der Subsumption? Wohl eher nicht. Dann ist die Frage, wird er erzogen oder unterhalten von den Eltern? Auch das ist hier unproblematisch. Schauen wir mal in die Rechtsfolge. Tatbestand ist also jetzt insgesamt gegeben. Es muss sich also um eine Dienstleistung im Hauswesen und Geschäft der Eltern handeln. Das wäre jetzt nochmal ein Punkt, wo man sich nochmal die Definition genau anschaut. Aber auch hier das Rasenmähen als Dienstleistung insoweit im Hauswesen der Eltern. Da mache ich auch ein Plus. Jetzt ist natürlich die Frage des Wies der Dienstleistung, nämlich in einer seiner Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise. Und hier liegt sicherlich das Problem, was man andiskutieren kann. Und jetzt werden Sie auf ein Tatbestandsmerkmal stoßen, aber auf ein Rechtsfolgenelement, wo man jetzt natürlich insbesondere auch die Kommentarliteratur kennen muss. Man muss sicherlich auch die Rechtsprechung dazu kennen. Nur bei solchen unbekannten Normen kennen Sie das in der Regel nicht. Sondern man möchte jetzt einfach, dass Sie argumentieren, dass Sie abwägen, dass Sie das Problem erstmal erkennen. Das heißt, problematisch könnte hier sein, ob die Dienstleistung in einer seiner Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise erfolgt. Und hier das Problem ansprechen und hier abwägen. Und ich möchte das mal tabellarisch, exemplarisch für Sie durchführen. Das ist wie gesagt jetzt meine Skizze. Das ist natürlich keine Ausformulierung, aber man kann natürlich all das hier noch ausformulieren. Jetzt würde man das Problem ansprechen, man würde sich ein paar Gedanken machen und man würde dann am Ende des Tages zu einer vertretbaren Lösung kommen. Ich komme jetzt am Ende zur Lösung, dass es angemessen ist. Also würde ich jetzt, das hat sich so eingebürgert, mit den Argumenten anfangen, dass das Rasenmähen nicht angemessen ist. Welche Argumente sprechen dafür? Selbstverständlich, er hat ein Interesse am Lernen. Jurastudium, man muss sehr, sehr viel lernen. Er will auch ein gutes Examen. Die Examensnote ist bei Juristen immer sehr wichtig für den weiteren beruflichen Fortgang. Ja, diese beiden Argumente stehen erstmal da, laut Sachverhalt. Es gibt jetzt keine Hinweise darauf, dass er irgendwie ein körperliches Gebrechen hat, dass er irgendwie eingeschränkt ist, wie auch immer, dass er einen Rasenmäher nicht bedienen kann. Deswegen bleibt es dabei, diese beiden Argumente. Auf der anderen Seite, wir sind ja am Samstagnachmittag. Die Frage ist, lernt jemand den ganzen Samstag durch? Es geht jetzt nur um den Nachmittag. Es geht jetzt darum, dass eine begrenzte Dauer vermutlich, dass er für eine begrenzte Dauer Rasenmähen muss. Jetzt natürlich die Frage, wie intensiv ist dieses Rasenmähen? Es ist die Rede von einem Reihenhausgarten. Das scheint wohl hier nicht so groß zu sein. Das ist jetzt auch lebensnahe Auslegung. Das ist insgesamt sicherlich auch keine Schwerstarbeit. Es gibt mittlerweile Rasenmäher auch. Gut, das ist jetzt natürlich fallabhängig, die auch etwas, die auch sehr leicht sind zum Teil, die man mit einer Hand hochheben kann. Gut, da gibt es jetzt keine Hinweise im Sachverhalt. Das wäre schon ein bisschen zu weit, was ich jetzt mache. Aber an sich, Schwerstarbeit ist es vermutlich nicht. Da gibt es wahrscheinlich heftigere Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft, könnte man sich das vorstellen. Und wie gesagt, der Sohn hat jetzt auch keine körperlichen Einschränkungen. Also insoweit habe ich hier doch einige Argumente mehr, die dafür sprechen, es ist ihm zuzumuten, es ist angemessen für ihn in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise. Und insgesamt hat er keine individuellen Einschränkungen. Und die Tätigkeit an sich ist jetzt nicht so herausfordernd. Wie gesagt, das ist eine Wertungsfrage. Ich baue das wie gesagt so auf. Ich benenne das Problem bei dem Rechtsfolgen-Element. Dann fange ich mit der Meinung an, die ich nicht vertrete. Das ist ja die rechte Seite, die Sie sehen. Und links der Meinung folge ich, argumentiere, finde da auch mehr Argumente im Sachverhalt, kommen dann zum Ergebnis, es ist rechtlich verpflichtet, der Aufforderung der Eltern nachzukommen. Das wäre für mich jetzt insgesamt diese Lösungsskizze, die ich mir auch vorab bereitlege. Und dann weiß ich schon mal, wo das Problem ist. Sie sehen, am Ende der Würdigung, da ist das Problem. Und jetzt ist natürlich die Frage, Zeitfaktor, Zeitmanagement. Die ganze Struktur muss in der Klausur klar sein. Das heißt, einleitende Obersätze, Zerlegung in Tatbestand und Rechtsfolge. Otze muss beherrscht werden. Und bei Otze selber ist es ganz wichtig, dass ich die Definition dann kenne. Und Sie werden die relevanten Definitionen natürlich auch kennenlernen im Einsatzrecht. Das sind Definitionen wie zum Beispiel die dreistufige Polizeigefahr oder vorhin beim Diebstahl haben Sie es gesehen. Die Wegnahmedefinition werden Sie sehen. Die Sachendefinition werden Sie sehen. Sie werden sie lernen. Und da holen Sie dann die Zeit raus. Denn Definitionen müssen Sie dann letzten Endes schnell abrufen können. Sie müssen anständig subsummieren in der gebührenden Tiefe und müssen dann aber auch schon weitergehen zum nächsten Tatbestandsmerkmal. Und vor allen Dingen, es muss leicht von der Hand gehen. Ich darf nicht überlegen, wie die Struktur ist. Ich muss es wissen. Und ich muss das natürlich auch trainieren, damit ich dann auch schnell schreiben kann. Das ist auch ein wichtiges Element. Gut, ansonsten freut es mich, wenn Ihnen dieses Video ein bisschen weiterhilft. Jetzt am Anfang der Basisausbildung, wie gesagt, noch mal der Hinweis, diese Videos richten sich an alle diejenigen, die gerade mit der Basisausbildung im gehobenen Dienst begonnen haben, die sich jetzt Ende des Jahres sozusagen in diesen paar Monaten befinden, in den Aus- und Fortbildungszentren. Und dieses Video ist natürlich nicht geeignet, wenn Sie schon zwei Jahre im Studium sind. Denn das muss dann schon klar sein. Auch im Grundstudium muss diese Struktur schon längst klar sein. Das heißt, wenn Sie jetzt in Brühe sind und stellen fest, oh, das habe ich noch nicht so wirklich verinnerlicht, können Sie gerne dieses Video natürlich schauen. Dafür ist es auch da. Aber primär an die Kollegen gerichtet, die gerade jetzt erst angefangen haben in der Basisausbildung. In diesem Sinne, bleiben Sie mir treu, schauen Sie auch mal in die Playlist zum gehobenen Dienst. Da habe ich noch einige andere Videos veröffentlicht und würde mich freuen, wenn Sie ein Like hinterlassen, wenn Sie diesen Kanal auch weiterempfehlen. Und insoweit sage ich, bis zum nächsten Video. Ihr Patrick Lärm.